Ich küss deine Hezrat. Habibi, Rat, du King einfach. Schahab. Rat oder Rat? Pardon, du wirst gleich gestummt. Pardon. Pardon. Leute, bitte folgt alle Kushi, bevor er geht. Macht das Plus bei ihm weg. Ehrenmann, vielen Dank. Guck mal, ich bin wegen ihm Top 6, Junge. Ich bin Top 46. Ich hätte nicht mal 99 gedacht. Ich bin Platz 27. Ich freue mich für dich, wirklich. Wollah. Von dieser Woche, Leute, die ich habe, Platz 4 geschafft. Und du kommst noch höher, du kommst noch oben. Siebenfassig ist gar nichts, du kommst noch weiter. Ich war in Hennafeier, Hennafeier war ich, Leute. Deswegen war ich so angezogen. Leute, darf heute Platz 1 haben? Oh, Julia. Mach mich ja, komm zusammen, Leute. Kim, danke schön. Mach mich Platz, Leute, Dings, Leute. Platz 1 hat er verliebt. Leute. Warte mal, wie viel brauchst du für 1? Ach, das ist gar nichts. Nur 1,7 Millionen. Ja. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ich kann es schaffen. Ach, Leute. Nein, Spaß, aber du kannst echt, du brauchst nicht mal 1,7. Du brauchst... Wo bist du gerade? Du brauchst 1,5 Millionen. Ja. Das ist auch nicht so viel. Mal 2, Leute, mal 2. Wir zusammen das schaffen, Leute. Mal 2, Leute. Ja, Leute, schreibt alle Kushi in den Kommentaren. Wirklich Ehre. 16 Rosen, Leute. 16 Rosen. 6 und eine 10. Alles haben wir hier gekannt. 16 Rosen. 15 Rosen. 15 Rosen. 14 Rosen. 13 Rosen. 12, 11, 10. 9 Rosen. Leute, lass nicht, bitte, Leute. Lass nicht gewinnen. Ein Weinen bringen. Bitte, Team Rombo. 7 Rosen noch. Leute, Madina... 6 Rosen. 6 Rosen. 6 Rosen. 6 Rosen. 6, 6, 6, 6, bitte. Ich will dich. Ich küsse eure Herzen. 5 Rosen. 4, 3. Ich habe geschafft. Hast du geschafft? Ja, ja. Ja? Und? Freust du dich, dass ich es geschafft habe? Leute, jetzt alles mal 2. Alles mal 2, Leute. Jede kann, Leute. Jede kann, Leute. Jede kann, Leute. Uhuhu. Alles mal 2, Leute. Wir müssen zusammenhalten. Kuschi ist jetzt weg. Wir sind alleine. Leute, jetzt Kacke rausmachen. Team Rambo. Alles mal. Kuschi ist aber weg. Du kannst nicht mehr Kacke rausmachen. Leute, jede kann. Khalil, danke, Khalil. Grand, Rob, Momo, Lana. Danke für eure Rosen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Ich küsse die Hände von euch. Leute, jede kann. Leute, attacken. Danke. Uhuhu. Leute, attacken, Leute. Maßfrei alles. Khalil, danke, Khalil. Uhuhu. Ohuhu. Oh. Oh. Oh, Rambo. Was geht hier ab? Rambo, wo sind seine Leute? Was sind meine Leute? Meine Leute, wenn ein echter King reinkommen, und wir zu deiner Katze... Verdammte Scheiße. Du sagst seit 10 Minuten echter King. Wo ist denn echter King? Ich muss sabber, sabber. Ich will ein echter King nicht. Sabber, sabber. Immer sabber. Gott hat gesagt, immer sabber machen. Ja, aber Gott hat nicht gesagt, dass man in einem Match sabber haben muss. Ich muss hier sabber machen. Wer hätte gedacht, dass es irgendwann mal so was gibt, Alter. Sabber, ich muss sabber. Und kommt ein echter King und kacke raus von dir. Leute, noch 8 Sekunden snipen. Leute, snipen. Jetzt? Alle, alle, alle snipen können. Du bist teuer. Sinna, dankeschön. Nein. Du bist nicht Gegner, wirklich. Hallo, Junge, du hast 200 Punkte mehr. Du sagst zu mir, du bist nicht Gegner. Bayern, Bayern. Ich bin der Bayern. Meine Schatz hat gewonnen. Hallo Rambo. Du hast nur 200 Punkte mehr. Bayern, Bayern. Willst du gehen? Okay, büro. Ciao. Guckst du Bayern? Guckst du Bayern? Guckst du Bayern? Dankeschön, Bayern. Komm live, meine Schatz. Warum ist weg, ja? Einfach ist weg. Sehr gut, freut mich. Mir geht's auch. Dankeschön. Wer heißt du? Ich heiße Meral. Meral? Mhm. Achso, okay. Willst du Meral? Ich hab noch eine Meral hier. Okay. Wie alt bist du, Meral? 38. Sehr schön. Bist du single oder vergeben? Ich bin vergeben. Okay. Miral, ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Dankeschön. Ich dir auch. Danke. Tschüss. Schöpfe. Warum bist du haust? Warum nimmst du mich nicht, Madina? Ich hab dich gesagt, Bayern ist meine Top-Spender. Achso, ich dachte, du hast zu mir gesagt, ich bin Bayern. Achso, okay. Vergib mir. Ich hab dich gesagt, meine Top-Spender ist Bayern. Achso, ich dachte, du hast gesagt, du bist mit ihr, du willst mit ihr zu... Ich weiß nicht, egal. Scheiß drauf. Oh, sie ist sauer. Na dann, Bayern, komm. Zeig, was du drauf hast. Das war Bayernis hier. Bayern München? Walla, du machst mich Kopfschmerzen, Walla, ich muss jetzt kommen weiter. Bayern München? Hä? Bayern ist hier... Bayern München? Hat Bayern München ein Tor geschossen oder so? Ich verstehe nicht, was er meint. Hast du verstanden? Nein? Ach, du spielst bei Bayern München? Ach, Bayern. Leute, ich hätte gesagt, Bayern. Ich verstehe nur Bayern München. Geh bitte durch, Walla. Tut mir leid, Martina. Martina, weil ich was so... Leute, könnt ihr euch noch erinnern, vor einer Stunde, wie lieb er noch war? Jetzt ist eine gewisse Person hier drin und jetzt ist er cool. Ich werde mir das so merken. Du hast einfach zwei Gesichter. Du warst noch vorhin so nett zu mir. Und dann sagst du, du willst zwei Frauen haben. Wie kannst du bitte zwei Frauen haben, wenn du nicht mal eine Person sein kannst? Ja. Es hat keinen Sinn ergeben, aber gar nicht. Was? Du bist gerade sehr frech. Was machst du da? Ich muss diese Kontaktlinsen rausmachen, ja? Ich muss Kontaktlinsen rausmachen. Warum? Reicht. Ich kann nicht Kommentar lesen. Ich kann nicht Kommentar lesen. Walla, meine echten Augen. MashaAllah, Walla. Gott bei mir, MashaAllah, so hübsch. Leute, alles macht rein. Ich sehe nicht Kommentar lesen. Jetzt kann ich kontrollieren. Warum bist du so cool geworden? Du brichst mir gerade mein Herz. Jetzt eine Person ist reingekommen. Du bist jetzt frech. Und dann sagst du, du willst mich heiraten, ich will dich nicht mehr heiraten. Tschüss. Sibyl, danke schön. Nie wieder, Leute. Leute, zusammen, Kakarhaus. An jeder kann, Leute. Herz gebrochen. Herz tot. Danke schön, Leute. Vielen Dank. Aber meine echten Augen sind nicht schön, Leute. Sagst du ehrlich, Leute? Gerade schön. Viel besser. Ja, ich sage dir ehrlich, viel besser. Besser. Deine Augen. Wirklich? Ja. MashaAllah. Natürlich. Natürlich ist er mein schönsten eigentlich. Leute, jetzt schön? Leute, jetzt schön oder nicht? Ja, es ist wunderschön. Weil die Kontaktlinsen haben deine Augen kleiner gemacht. Na? Die Kontaktlinsen haben deine Augen ein bisschen kleiner aussehen lassen. Das sah ein bisschen kleiner aus. Ja, jetzt schön besser. Meine originalen Augen, weißt du, bei mir, jeder bei mir sagt, wie sind diese schöne Augen, sexy. Dankeschön. Vielen Dank, Leute. Alles damit, Leute. Jeder kann, Leute. Leute, ja, gibt es eine King, Leute? Nee, danke schön. Original besser. Neko, ja, genau. Leute, kann hier gibt es zum Beispiel mich Platz 20 machen, Leute? Platz 20. Leute, komm, mach den Platz 10 sogar. Leute, komm, ja, mach mich Platz 20, Leute. 10? Mach den 10 oder 5 sogar. Schon so. Deine Frau Bayern kann dich ja Platz 10 machen. Wo ist deine Frau? Warum du nicht, du auch meine Frau? Ich? Ja. Eben, gerade hast du mich noch fertig gemacht. Was fertig gemacht? Du hast mich fertig gemacht. Alias, danke schön. Leute, jeder kann, Leute, komm alles zusammen. Alter, hat er nicht eben gerade gesagt, Bayern ist da? Bayern ist mein Top-Spender. Wo, Bayern München? Elius! Dankeschön, du King. Vielen Dank. Genau so. Elias. Elias, danke schön. Vielen Dank. Elias, lange seit nicht gesehen. Sibyl, danke schön. Vali, danke schön. Danke. Vielen Dank. Du bist nicht meine Frau. Hey, sag nicht hey zu mir. Sag. Was sagen? Sag Prinzessin. Hey. Hey, Herr Gubbda, wo du Mäuer hast. Machst du hier. Was wieder du Schischko? Hey.